Springen im Schnee, Juhi! Attention! Fire! I watch the people. I literally can't. Ja, geht auf dem Fahrrad, aber ich muss ja nicht ganz rausfahren. Ja, das war alles mal mitgemacht. Ja, geht auf dem Fahrrad. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt habe ich den Bismarck-Turm in Bad Satt-Uffeln auch erreicht. In Herford waren es die 50 Kilometer und hier bin ich jetzt nach weiteren 15 Kilometern am Bismarck-Turm in Bad Satt-Uffeln angelangt. Jawohl, 70 Kilometer hinter mir gelassen. Von Bielefeld über Herford, Exter und jetzt in Bad Satt-Uffeln. Weiter geht es zurück nach Hause nach Bielefeld, auf das ich die 100 Kilometer vollkriege. Nach 100 Kilometern bin ich jetzt in Bielefeld am Bismarck-Turm angekommen. Hallo und guten Morgen aus Holland. Auf meiner heutigen ca. 100 Kilometer-Tour nehme ich euch mit durch das Dinkelland. Ich wünsche viel Spaß. Ah, ich gucke mir das mal gerade erst an. Okay, hier hast du so einen Holzschicklern. Oh. Herrlich. Das ist ja richtig cool. Die MTB-Route geht hier direkt über den Hof. Dann habe ich also den richtigen Trail erwischt. Auf meinem Tacho sind jetzt 114 Kilometer zu sehen. Die habe ich hinter mir gelassen. Auf einer tollen Fahrt mit spitzen Butter. Nicht zu warm. Angenehm. Ab und zu schien die Sonne. Da ich ja viel im Walte unterwegs war, fühlt sich das mit der Hitze in Grenzen. Da ist es so gut. Da ist es so gut. Da ist so schön. So, du kommst jetzt her, der war ein bisschen tun. Ja, aufgrund der Nässe ist man da schon vorsichtig, die Trockenen macht ja mit Sicherheit mehr Spaß. So, du kommst dann. So, du kommst jetzt. Noch ein bisschen länger. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.